140 Starter aus Ober- und Niederbayern konnte der AMC Moosburg am Sonntag zu seinem Heimlauf im Jugendkarts-Salon begrüßen. Alle Hände voll zu tun hatten, die über 30 Helfer des Vereins um die Rennen in sechs Altersklassen zwischen 9 und 17.30 Uhr über die Bühne zu bringen. Begünstigt durch das hervorragende Wetter gelang das jedoch gut und die Erfolge der Lokalmatadore entschädigten reichlich für die Mühe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020